Ich versuche krampfhaft den Verfall aufzuhalten, bekennt Bert Wollersheim. Ein Fakt, den auch die blondierte Frisur und die vielen Tattoos auf seinem alternden Körper nicht länger verbergen können. Der 71-Jährige war einst ein großer Fisch im Düsseldorfer Rotlichtmilieu, heute ist er ein bunter Vogel im Promi-Business. Seine vierte Ehefrau Ginger Costello Wollersheim ist 35 Jahre jünger als der ehemalige Bordellbesitzer. Du könntest ruhig ein bisschen schneller altern, wünscht er sich nur halb im Scherz von ihr. Auf Mallorca hatten sie sich kennengelernt. Ich werde nie müde, in ihr Gesicht zu schauen, sagt Bert liebevoll über seine vierte Ehefrau. In der Doku-Sop, wo die Liebe hinfällt, holt Vox Paare vor die Kamera, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammengehören. Paare, die am Anfang der Beziehung stehen oder bei denen das Ende bereits in Sichtweite ist. Und auch solche, denen das Leben hineinfuscht in ihre Liebesgeschichte. Dabei überrascht Bert Wollersheim mit Sätzen, die tatsächlich berühren. Altern ist nichts für Feiglinge, wusste schon Blackie Fuchsberger. Und wer neben einer deutlich jüngeren Partnerin altert, muss besonders tapfer sein. Bert Wollersheim hat Sorge, nicht mehr lange mithalten zu können mit seiner jungen Frau. Als langjähriger Raucher leidet er an COPD, einer chronischen Lungenkrankheit. Auf einer Veranstaltung erleidet Wollersheim einen leichten Schlaganfall. Falls der nächste schwerer ausfällt, will er nicht, dass sein Ginger ihre Lebenszeit an seinem Krankenbett vergeudet. Ich gebe dich frei, sagt er ihr per Videocall. Sie aber will gar nicht frei sein. Du bist die Liebe meines Lebens, ruft sie ihm fröhlich zu.